Der Grund, warum ich mich vor 25 Jahren mittlerweile für Lysitz entschieden habe, war, weil dazumals die Firma schon sehr international unterwegs war und mich das sehr interessiert hat, nicht nur in Österreich, sondern auch über den Tellerrand Österreichs hinaus zu schauen. Ich wollte mich dazumals weiterentwickeln, eine neue Herausforderung antreten und es hat mehrere Firmen gegeben. Lysitz war für mich der interessanteste zu meinen vom fachlichen Inhalt, weil Lysitz im Bereich Maschinenbau tätig war, mit dem ich vorher bereits Berührungspunkte hatte. Ich habe mich für Lysitz entschieden, weil es sehr viele positive Aspekte hat. Wir haben Gleitzeit, also flexible Arbeitszeiten. Es gibt sehr viele interne Angebote, wie zum Beispiel Rabatte bei verschiedenen Unternehmen. Man darf sehr viel in der Praxis einbringen und es wird auch geschätzt, das einzubringen. Und wir versuchen auch, vor allem jetzt in der Entwicklung zum Beispiel wieder, viel auch theoretisch zu hinterfragen. Die Unternehmensgröße, die Internationalität war am Lysitz besonders interessant, genauso wie eben auch der Fachbereich Klaas als moderner und sehr zukunftsorientierter Werk und Baustoff. Die Unternehmensgröße